ich schenk fest oh drei irgendwie ist Ton bei mir ganz komisch ok jetzt hör ich nochmal jetzt keine Ahnung als hätten als wären die keine Ahnung extrem leise Mensch komm Ausdauer, ich brauch Ausdauer ja ja Mensch ich muss rein, ich muss Medizin mach das so dann haben wir das schon mal jetzt sind wir schon mal wieder unter 200 ja es geht ja rasant schnell ja 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 dann mal wieder ins Solanum Provennir ja so wird der baum hier so ein zwei baum stemmen die mich einfach nur nervt die muss ich gerade mal weg machen okay was will immer du musst auch noch weg ist ein baby hier an seiner lücke vorbeigekommen wenn wir doch kaputt baumstamm kann nicht sein dass sie zu hartnäckig ist oder wieder so ein arsch bei mir den grafik inwiefern grafik was siehst du was siehst du nicht ja sonst lackern ganz komisch musste gleich mal extrem nervig weiß jetzt nicht ob es gleich wieder ist und ob es jetzt weg ist denn so hier noch zwei hier habe ich schon mal alles weg wo sind beide haufen schon weg er ist weg jetzt würde ich sagen ganz komisch da liegt und statt da liegt auch noch einer die ich auch noch abholen ich komme ich komme nicht dazu irgendwas zu machen da liegt auch noch nichts jetzt sind ja 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 hier ist wieder einer du bist doch tot sein da ist volle bomben drauf gecrasht kam mir jetzt war ich doch marie nieder kaputt die dumme sorg Oh Ich habe nur noch Ich habe ja auch noch denke ich mal welche, dann kann ich dir die geben musst du Ja das reicht doch glaube ich erstmal So, da haben wir wieder einen Teil fertig gebaut Ach hinter mir wieder welche oder was? Aua Ich muss mal schnell ein Medikament hinnehmen Jo? Ihr hat mir in den nahen gehauen Böse 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 hast du noch was drauf? warte mal sooo oh nur noch 100 nur noch ist gut aber nur noch 100 oh pass auf rechts von dir äh links von dir da wo der Baum gerade kippt ich muss jetzt gleich mal ganz kurz da rein wieder und mich mal ausruhen und so weil meine Ausdauer ist miserabel wow der Baum geht hier gar nicht gut ich geh mal kurz rein ja ja aber das sieht doch schon richtig schick aus hier nice 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 hmmm ich muss trinken, essen ich muss eigentlich alles ich muss mal trinken so mal gucken mal essen habe ich natürlich gar nichts mehr dann müssen die Snacks her äh fische im Teich? ach ja stimmt 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 ja clever clever das war ne das war es man ne was haben wir denn da drin koi karpfen und so da ist nicht so der eine Wagen ist schon mal voll ah so beide Wagen sind voll dann gehen wir mal leer machen die Dinger dann gehen wir mal leer machen die Dinger einmal komplett hier rundherum so alles abgerudelt ey koff argh 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 so hier ist einer ich bin jetzt auf dem weg zurück wo ist die zone da bei ganz hinten ja das war nur eins ich hätte fast das andere automobil kaputt gemacht einfach nur ein bisschen hier umschippen probiere ich verlasse schon wieder gefällt hier kommt ja immer mehr bitte zweit waren ganz schwer oder ist wieder einer 3 ja ich gehe auf den typen der ist kaputt zu sterben zu sterben ich pack dir mal alle rein damit wir mal arme und beine abtrennen können wegen futter was ist denn los da ist ja wieder einer dafür du kennst nix weglaufen ich krieg dich sowieso ja kann man da nicht so ein wagen für paul das wäre geil so leichten war oder sind ja noch mehr von denen da Was ist das? man kann auf den wagen wo man die dinge hier transportiert auch die steine drauf ja glaubstöcker auch okay wir sind richtig gut dabei ja fast 300 baum stimme egel und alle weg wollen aber wie das hier aussieht voll die bäume weg das ist doch schön wir hatten doch zwei sonne dinge wo fleisch dran ja wo sind wir eine hin stand recht daneben und die kaputt gemacht irgendwas muss ja da passiert sein ich brauche noch ein so würde ich daneben direkt was stöcke ja wow wir noch rein ins feuer eure kadaver können wir nicht gebraucht aber ein arm fehlt der salon eine eine habe ich eben aufgehoben dass wir das wäre richtig asozial so würde wenn du die auch noch so auf den wagen legen könnte ich jetzt wofür so kannst du so einfach mal so zwei schleichen hin und her ich habe nur ein jetzt noch ein paar arme und beine ich muss mir jetzt erst mal fix das zu essen machen gerade anfang und gerne 67 246 da passt auch noch einer dran oder scheint doch nicht ich ich dachte mir die gegessen hast dann schmöchchen erst auf ja ich bin gerade nicht alles alles zusammengebrochen ist was du hast du gerade wieder durch lege wo ich ihn immer aber da die ja drauf lang und dann zu knochen werden dass das fleisch runter ist so fuß das geht bis eben auch nicht ich glaube wir haben besuch die rentvolle nicht aber es war es jetzt auch nicht mehr so das ware also konnte ich glaube ich muss mich aber hinsetzen aus menschen haut denn da hinten noch gegen kommen wir hier kommen wir hier kannst du mal die baum stemme lassen lieber gerade eben erst dahin gepflanzt haben wieso sind jetzt schon wieder die ganzen arme und beine weg ich glaube die wechseln woanders hinstellen weil der typ hat da gerade gegen auf dieselbe höhe zirka ok nicht dass sie deshalb weg sind ich werde jetzt mal fix speichern gehen und denke ich meine hoch macht das dann würde ich sagen machen wir mal eine kurze aufnahme pause ich habe gespeichert euer brand gespeichert so tatsächlich mal bis gleich bis gleich bis zum nächsten mal 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 bis